Mein Name ist Jörg Hecker und ich arbeite als Customer Success Manager bei Slack. In diesem Video möchten wir dir einen kurzen Überblick zu Slack geben und dabei sowohl auf die dahinterstehende Philosophie eingehen, als auch Tipps und Tricks für die eigene Nutzung aufzeigen. Wir starten mit diesem Modell, das wir verwenden, um die Nutzung von Slack in Unternehmen zu optimieren. Ich werde es Schritt für Schritt erklären, damit du die typischen Nutzungsmuster sowie die optimalen Nutzungsgewohnheiten als Endbenutzer verstehen kannst. Lass uns am Anfang beginnen. Die meisten Leute, die mit der Nutzung von Slack starten, kommen von älteren Instant-Messenger-Tools, sodass sie deren Nutzungsgewohnheiten oft übernehmen und den größten Teil ihrer Kommunikation in Direktnachrichten und Nachrichten an mehrere Personen abwickeln. Aber wenn du Slack auf diese Weise nutzt, dann vergeudest du das Potenzial und die Vorteile von Slack, denn Direktnachrichten sind im Grunde immer noch isolierte Posteingänge. Das Potenzial von Slack entfaltet sich, wenn sich der Schwerpunkt von Direktnachrichten in Channels, also Kommunikationskanäle, verlagert, insbesondere in öffentliche Channels. Das liegt daran, dass der Informationsfluss nicht mehr auf die Posteingänge der Mitarbeiter beschränkt ist und Slack stattdessen zu einer sich ständig erweiterten kollektiven Wissenssammlung für das Unternehmen wird. Dieses Wissen steht automatisch den Kollegen zur Verfügung und befindet sich nicht mehr in der Isolation von E-Mails. Allerdings erfordert es auch eine Änderung der Genutzungsgewohnheiten, um Slack optimal einzusetzen. Die erste ist, dass die meisten öffentlichen Channels nicht nach der Frage, mit wem spreche ich, erstellt werden sollten, wie es beim Gruppenchat ebenfalls der Fall wäre, sondern nach der Frage, worüber spreche ich, da sich die Personen im Channel im Laufe der Zeit ändern werden, der Channel selbst aber eine wichtige Quelle für Wissen und Zusammenarbeit zu diesem Thema im gesamten Unternehmen bleibt. Dies eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel einen Channel für ein bestimmtes Projekt, einen anderen für einen bestimmten Kunden oder sogar einen Hilfe-Channel einrichten, in dem Mitarbeiter Fragen zu einem bestimmten Thema stellen können. Natürlich kann man auch direkt Kollegen ansprechen, indem man diese über sogenannte Ad-Mentions hervorhebt. Eine Kommunikation mit Partnern oder externen Kollegen ist ebenfalls leicht über Slack-Connect-Channels möglich. Sobald die meiste Arbeit in öffentlichen Channels stattfindet, hat jeder Zugang zu viel mehr Informationen als vorher. Das bedeutet, dass die Suche zu einer viel wichtigeren Funktionswert als Leute anfangs annehmen. Wenn die Slack-Suche zur Gewohnheit wird, hat man das gesamte Wissen dieser sich ständig erweiternden Wissenssammlung zur Hand, sogar Informationen aus Channels, in denen man nicht aktiv ist. Dies ist einer der wichtigsten Vorteile von Slack. Die Möglichkeit, das Wissen und die Fähigkeit anderer im Unternehmen zu nutzen, ohne im Voraus zu wissen, wer diese sind oder dass sie überhaupt existieren. Mach die Suche zur ersten Anlaufstelle, wenn du eine Frage hast und du wirst erstaunt sein, was du an Nachrichten, Dateien, Channels oder sogar Personen entdeckst. Natürlich kann der Zugriff auf all diese Informationen verwirren. Zum Glück bietet Slack die Möglichkeit, den Informationsfluss zu verwalten. Hier sind ein paar Tipps für dich, um Slack überschaubar zu halten. 1. Solltest du immer dann, wenn du direkt auf einen anderen Nachrichten-Channel antwortest, die Option im Thread antworten verwenden, um eine Nebenkonversation zu starten. Auf diese Weise vermeidest du eine Überladung des Channels und ermöglichst dennoch eine dynamische Konversation. 2. Kannst du bestimmte Emoji-Reaktionen verwenden, um ganze Nachrichten zu ersetzen. Diese Emojis nennen wir dann Reactions. Typische Beispiele sind das Augen-Reaction, um anzuzeigen, dass eine Nachricht gesehen wurde. Das verbeugt sich Reaction, um sich zu bedanken und das Häkchen Reaction, um anzuzeigen, dass eine Aufgabe abgeschlossen wurde. 3. Organisiere deine Sidebar mithilfe von Abschnitten, um Channels zu gruppieren und nach ihrer Priorität zu sortieren. Wenn es Channels gibt, die zwar in der Sidebar stehen sollen, jedoch nicht überwacht werden, können diese stumm geschaltet werden, sodass sie nicht in heller Schrift aufleuchten. Hilfe-Channels sind ein gutes Beispiel dafür, da du diese in der Regel stumm schaltest. Es sei denn, du bist derjenige, der auf Fragen antwortet. In diesem Fall solltest du das Gegenteil erreichen können, indem du die Benachrichtigungen für jede neue Nachricht aktivierst. Indem wir unsere Zusammenarbeit in Channels verlagert haben, haben wir Zugang zu einer unglaublichen Menge an Informationen und die Möglichkeit, diese zu filtern und so zu nutzen, wie es in unseren eigenen Bedürfnissen entspricht. Der nächste Schritt besteht dann darin, andere Anwendungen in diese Konversationen zu integrieren, um dieses kollektive Wissen weiter auszubauen und den Kontextwechsel zu begrenzen, der im Laufe eines Tages die Produktivität bremst. Wenn ich als Vertriebsmitarbeiter in einem Account-Channel arbeite, liefert die Salesforce-App Updates aus unserem CRM und ermöglicht es mir, direkt von Slack aus Maßnahmen zu ergreifen. Ein Entwickler, der in einem Feature-Channel arbeitet, könnte dasselbe mit Atlassian-Apps tun und wenn ich mit einem Kunden in einem Slack-Connect-Channel kommuniziere, könnte ich die Smartsheet-App zur Zusammenarbeit verwenden. Dann gibt es noch Produktivitäts-Apps, die den Kontextwechsel reduzieren, wie die Kalender-Apps für Google oder Outlook, sowie Videokonferenz-Apps für Zoom, Google Meet oder Teams, sowie unsere Content-Storage-Apps wie Box, Google Drive oder OneDrive SharePoint. Es gibt über 2.500 vorgefertigte Apps im Slack-App-Verzeichnis, welche in Slack integriert werden können und es erweitern, aber es gibt auch zigtausend Entwickler, welche Integrationen eigene Apps in Slack schreiben. Unternehmen sehen einen großen Wert in der Entwicklung dieser Integration, um ihr kollektives Wissen durch die Kraft der Plattform zu verbessern. Bei der fortschrittlichsten Slack-Nutzung schaffen diese Apps eine Umgebung, die sich über mehrere Anwendungen erstreckt und welche um Größenordnung besser ist als das, was bisher möglich war. Die besten Software-Entwicklungsunternehmen führen beispielsweise ihre gesamten Deployment-Pipelines über benutzerdefinierte Slack-Apps aus, die ihnen ermöglichen, viele unterschiedliche Tools zu automatisieren, sodass sie von wöchentlichen oder monatlichen Releases zu mehreren Releases pro Tag übergehen können. Dadurch erreichen diese Unternehmen eine noch nie dagewesene Entwicklungsgeschwindigkeit, bringen neue Produkte schneller auf den Markt und lassen weniger agile Konkurrenten hinter sich. Das war der 5-Minuten-Überblick in 7 Minuten. Slack ist eine transformative Technologie, die neue Arbeitsgewohnheiten und Denkweisen erfordert, um wirklich das Beste aus dem herauszuholen, was es bieten kann. Ich wünsche dir einen guten Einstieg in Slack. Wenn du mehr über Slack erfahren möchtest, buche einen Termin über unsere Website. Unser Deutschland-Team steht dir bei Fragen gerne zur Verfügung.